Nicht mir, sondern Captain America, weil er mir den Patriotismus verliehen hat, das Leben des Präsidenten retten zu wollen. Und danken Sie Wonder Woman. Ich bin ein Mann, der nie die Hoffnung aufgibt. Ich habe ein Grundstück auf dem Mund, wünsche mir zu Weihnachten immer Hosengröße 36 und ich kaufe immer noch Beanie Baby.